Hallo und Tetchcom Reisende durch das Universum, zurück zu Keen Dreams Gold und ich hoffe ich bin fit genug, was ich bedauerlicherweise bezweifle bzw. eigentlich muss ich es nicht bezweifeln, weil ich weiß mir geht es nicht ganz so gut, ich habe Kopfschmerzen, auch Probleme mit dem rechten Auge und dann ist familiär noch was, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir werden versuchen ein bisschen Keen Dreams zu spielen und wir werden gesquasht in irgendwas mit Squash irgendwas, I guess. Was war das denn da oben? Ach, that little guy, that little, little, wow, ich werde fast da. Da reingelaufen, okay. Wir starten auf jeden Fall Interesting, interessante Musik, werde ich jetzt sterben? Okay, okay, okay. Oh. Äh, ja, okay. Das traue ich mich in meinem Zustand jetzt ehrlich gesagt nicht. Fair enough, fair enough. Ähm, falsche Taste. Oh wow. Ich wollte mich fallen lassen. That, äh, did not work as planned. Okay, ähm, I guess that worked in the end. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen unsicher, weil es mir nicht ganz so gut geht. Ja, immer diese lahmen Ausreden. Äh, nur dass es heute leider keine Ausrede ist. Okay, okay, okay. Ich meine, wir haben schon mal die Bomben. Ist da irgendwas in den Wolken? Nein. Boah, ich finde diese Stellen so richtig, richtig gemein. Aber, die sind ja auch im Original so. Nur im Original kenne ich die Level halt ziemlich gut. Wo entgegen ich die hier gar nicht kenne. Und, ähm, gut one, gut one. Okay. Oh wow, ja, es ist halt blöd, wenn du nicht selbst siehst, wo du ganz genau stehst. Das ist, äh, always a problem, also, äh, die, what are those, ich kenne die nicht, aber hey, progress, I guess. Okay, ich habe keine Ahnung, äh, was das für Dudes waren, aber ich werde auf jeden Fall, äh, mal schauen, dass ich nicht zu viel speicher, und ich gucke mal ganz kurz, ob ich alle Level hier, äh, habe, äh, ich glaube schon, ich glaube, wir hatten die, Yes, yes, gut, wir haben noch einige tolle Level vor uns, inklusive Pommes Town, ja, ich weiß, das heißt nicht wirklich so, aber, da werde ich definitiv mehr Leben verlieren, als mir lieb ist, Aber, bis hier, muss ich sagen, sehr, sehr schöne Ideen. Was hast du noch gleich? Achso. So, da haben wir auch ein neues Level, würde ich mal behaupten, speichern wir mal ganz kurz, und schauen uns dieses neue Level ebenfalls an. Cauliflauer irgendwas. Okay. Komplett neues Level. Ah. Oh, wow. Oh, wow. Ich wusste nicht, dass das wirklich ist. Aber, äh, schätze mal, now I know. What are you? Ich wusste mal, die sind Deadly. Okay. Wir versuchen mal so Abschnitt bis Abschnitt. Ah, einfach, äh, um zumindest ein bisschen Progress zu haben. Ne, Blilu. Secret? Ne. Ceiling of Tomorrow. Interessantes Level Design, also, hat was. Oh, das ist cool, so mit cool Feldern, da drüben, äh, das ist Exit. Hä? Ach, da ist noch ein Key. Oki doki. Ähm, ha, doki. Entschuldigung. Ich meine, äh, das geht doch nicht. Hä? Aber wie kommt man denn? Ja, hab ich das jetzt nicht hingekriegt? Äh, irgendwie, äh, komplett. Oh, 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 oh. I got it. I got it. I got it. Okay, ähm. Wir gucken mal, was die... Okay, man berührt die und man ist einfach hinüber. Okay, ähm. Was wir tun werden... Ist eigentlich ziemlich... Simple. Keine Ahnung, was das mit diesen, äh... Birds da auf sich hat. Okay, das war, äh, not clever. Okay, ich kann nicht auf den stehen. Nice, äh... Throw, my bro. Soll, soll diese... Tür mich irgendwie... Ablenken? I don't know. Maybe? I don't know. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. That... Did not work. At all. Äh... Ja, okay. Ich habe ja einen, ähm, falschen Punkt gespeichert. Dann, äh, äh, probieren wir es erneut. Ja, ha. Äh. Ich will einfach nur wissen, was da ist. Ha, diese Kohlköpfe. Die finde ich witzig. Also, witzig vom Aussehen her, so... So spielerisch, äh, bieten die... Ja, jetzt nicht so viel. Okay, jetzt einfach nur Deko. Baum. Ja, wisst ihr, was wir machen? Mal einfach gerade hier einen, äh, Backup. Ja, das war eigentlich, basically, sinnlos, aber... Ich meine, äh, wir haben jetzt den... Key... Aber, äh, äh, was, äh, tut das? Ich habe keine Ahnung, äh, was, äh, sich irgendwie verändert haben könnte. Ich meine, da oben... Da oben ist halt auch, äh, so ein... Oh, wow. Ah. Hä, aber eben konnte ich doch nicht, äh, äh, stehen, oder? Hm. Hm. I don't get it, I don't get it. Vielleicht konnte ich es eben schon, habe es einfach nur... verkackt. Ich wollte noch nicht gehen. Okay. Jetzt haben wir einen Schlüssel mehr, kann das sein? Oh, I guess. Okay. Äh, ein nettes, neues Level und, äh, wir haben den Key. Still. Ich würde mal behaupten, das hat doch garantiert etwas zu bedeuten. So. Dann nutzen wir direkt mal Backup-Save und den normalen Save. Und gehen in Spud City. Oh, allein der Anfang ist schon anders. Okay, so, Anfangsgemäß hätte da eigentlich dieser Dude sein müssen. I don't know. Ah, Punkte. Einfach mal dran vorbeispringen. Ich meine, wie auch immer diese Dinger einen tragen wollen. I don't know. Okay. Da wartet mit, äh, großer Sicherheit der Tod auf mich, weil ich nichts sehen kann, was unter mir ist. Aber ich habe wahrscheinlich trotzdem die Agro. Oh, ne, da ist einfach gar nichts. Okay, da ist... Okay, das ist cool. Okay. Das ist einfach nur Dego. Wow, wow, wow. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Dieser nice Jump. Ah, they played well. They played very well. So. Oh, ich sehe, ich kann den Speichern und Laden Trick verwenden. Oh, wow, wie fast. Okay, okay, I see. That could take a while. Oh, ich habe hier noch ein bisschen Zeit. Alright. Das war's. Okay, ich weiß zwar nicht, ob ich hier unbedingt hin muss, soll, darf. Oh, da sind Bubus-Bombs. Sieht immer so aus, als ob irgendwas in den Wolken wäre. Okay, zu diesem Key sag ich nicht nie. Guter Wortwitz, sehr schön. Ich bin stolz auf mich. Step by step, aber was ist hier? Okay, okay. Ich kann hier auf jeden Fall auch runter. That do be kinda good. Oh, wow. Wow. In my face. Okay, wir haben auf jeden Fall die Bomben gesehen. Brauchen wir die überhaupt noch? Ich glaube, wir haben genug, oder? Ah ja, locker. Außer der Brauch inzwischen mehr. Ja, dann sollten wir ein paar Spare mitnehmen. Ah, da haben wir die Stelle, wo ich den Key benötige. Ja, hier Step by Step. Einfach nur ein bisschen Progress zu haben. Nicht, dass es ist wie in dem einen Part, wo wir basically, oh wow, keinen Fortschritt hatten. Okay, nice one. Hm. Ja, immer wenn ich könnte, täusche ich es zu sehr an. Ja, okay. Ja, das hatte ich verdient. Ja, da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Okay. Sehr schön. Ich habe leider die Neugier zu wissen, was genau unter mir ist, obwohl es nie gut ist. Ja, ich meine, ich hätte es wissen müssen. Oder ich hätte es wissen können. Wow, 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 wow. Mal gucken. Oh. So ein Dude. Was haben wir hier? Water. Okay. Hier ist noch eindeutig in Secret. Eindeutig. Ich spüre das Secret geradezu. Okay. To be fair, der Punkt sieht schon ein bisschen seltsam aus. Also es ist nicht so, als ob ich mir das ausgedacht hätte. Ich meine, guckt euch das an. Das sieht so seltsam aus. Aha. Ja, den Sprung traue ich mir in dem Zustand nicht zu. Oh, ich hoffe, ich kann gleich irgendwie korrigieren. Ich weiß noch nicht wie und ob ich das hinkriege. Nice one. Nice one. Ja, schaffe ich das in a row wahrscheinlich nicht. Ich meine, theoretisch könnte man doch hier so einfach drüber springen, ne? Ah, ja, okay. Ah, okay. Okay. Sehr schön. Sehr schön, Mann von Shikadi-Netzwerk. Das war gar nicht so verkehrt. Ähm, okay. So, gruselig. Jo. Mhm. Boah, wie riesig das hier einfach ist. Okay, keine Ahnung. Muss ich da rüber? Soll ich da rüber? Aha. Ja. Boy, 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 boy. Wie viel gibt es denn hier in diesem Level? Ich meine, ich habe sechs Bomben. Hm, mir gesnackt. Oh, 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 close. Very close. Jo, nice one. Oh, das ist Exit. Ist da eine Möglichkeit da hoch zum Exit zu kommen? Is it? Ah, okay. Jo. Ja, wir gucken mal, was da oben noch ist. Ja, I mean. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Oh, Junge, 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 war das schlecht. Oh, war das schlecht. Okay. Okay, der altbewährte Teil, oder? Is there something? Okay, ähm. I guess, dann ist da wohl nichts mehr sonst. Weil wir haben ja schon die sechs Stück. Ich glaube, mehr ist da wahrscheinlich nicht. Apparently not. Okay, das war not bad. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben, äh, Apple, Echo, ich kann diesen Namen, ich konnte diesen Namen niemals aussprechen. Niemals melden, meins hatten wir ja quasi in der ersten Folge. Dann haben wir hier das wunderschöne Level. Oh, ein, äh, Bonus-Level. Und die... Oh, wow, wir haben sogar noch... Noch ein Bonus-Level. Okay. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber, da ich auch noch ein bisschen was vor mir habe, in Form von Ordnung machen, auch noch in der Küche und andere Dinge, würde ich mal behaupten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer noch ein sehr, sehr schönes Projekt. Und, ja. Falls ihr das selbst spielen wollt, einfach Part 1 angucken. Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, so wie immer, grüßt mir die Sonne und macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.